Hi Leute, ich bin's mal wieder, Tim. Heute Sneak hier zu Flott. Ich glaube, das ist die Abkötzung. Ehrlich gesagt, da habe ich keine Ahnung so richtig, was teuer ist. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass ein Secret Friend dabei ist. Und alles andere wird sich hier gleich zeigen. Wir haben nichts, 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 äh, nichts, nichts. Oh, Secret Rare. Das ging mit einem Sauger. Ich würde sagen, Respekt, äh, Vampir Saugerin. Sehr cool. Nichts, nichts und nichts. Das hat sich schon mal gelohnt. Secret is Secret. Okay, also da das gerade so gut funktioniert hat, sage ich mal nochmal Secret. Vielleicht funktioniert sie ja noch. Okay, ähm, nichts, 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 und, äh, ja, Super Rare. Ah, das ist okay. Nichts, nichts, nichts. Secret mit Ansage. Nichts, 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 und, äh, Super Rare. Also, unwichtig. Zwei Versuche haben wir noch. Aber Doppel Secret wäre schon hart. Aber ich würde mich freuen. Ich glaube, der Vampir Dingsbums ist einer der besseren Secret Rare's. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Ähm, nichts, nichts, und, äh, oh, das weint abvieh. Äh, aufzieh irgendwas. Entschuldigung. Okay, und das ist auch wieder nichts. Jetzt, letzter Versuch, nochmal den Vogel abzuschießen. Also, einmal nichts, 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 und, Super Rare, aber das ist die, äh, sehr gute Super Rare. Daher, also, da, mein Daumen nach oben. Äh, äh, nichts, 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 gut, nichts. Okay, kleine Zusammenfassung. Also, wir haben eine sehr gute neue Falle. Das ist auch eine Handtrap. Die ist, äh, gut, die wird man wahrscheinlich öfter sehen. Unrelevant, 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 äh, die ist gut. Von daher, meine Daumen sind beide nach oben. Sehr gut. Neverland. Le aguantrage STAIN Es ist nicht auf die Oberfläche. Bei trafen. Die Oberfläche. Wir haben alle, die Oberfläche. Werbende, dann sind die Oberfläche. Die Oberfläche. Untertitelung des ZDF, 2020